Schulden zerstören Nationen, Finanzsysteme, Märkte und ganze Währungen. Immer und jedes Mal. Das habe ich mir jetzt nicht gerade irgendwie ausgedacht, sondern das ist eine auch belegbare Aussage vom Hedgefondsmanager und Finanzmarktanalysten Matthew Piepenburg. Matthew, der war ja auch kürzlich bei uns hier als Interviewpartner zu Gast, hat auch viel positive Resonanz von euch gegeben und ich denke, wir werden Matthew demnächst nochmals einladen. Die FED, also die amerikanische Zentralbank, die amerikanische Notenbank, die steht bekanntlicherweise aktuell mit dem Rücken zur Wand. Und diese Lage ist nicht irgendwie aus dem Nichts entstanden und sie haben sich da selbst hinein manövriert, durch jahrzehntelange künstlich gesenkter Zinsen, billige Kredite und einen Schuldenberg, der seinesgleichen sucht. In einem neuen Beitrag, da zeigt Matthew Piepenburg ganz klar auf, warum aus seiner Sicht der Dollar am *** ist. So, wie er es wörtlich wiedergibt. Wir blicken gemeinsam jetzt mal auf diesen Beitrag von Matthew Piepenburg, lassen auch andere Fakten noch mit einfließen, ordnen das Thema wieder für euch ein bisschen aus Sicht von Investoren und Kleinanlegern ein. Und zum Schluss habe ich nochmal zwei Goldfirmen mitgebracht, die vielleicht aus diesem ganzen Chaos profitieren könnten. Mein Name ist Jan Willhöft, das hier ist ein neues Video von axinocapital.de und wenn ihr hier aus diesen kostenlosen Videos, den kostenlosen Content, den wir euch zur Verfügung stellen, etwas mitnehmen könnt, dann könnt ihr uns das auch gerne etwas zurückgeben. Nämlich in Form von einem Daumen nach oben und vielleicht auch einen kurzen Kommentar, einfach kurz was reinschreiben. Das hilft uns, diese Videos hier weiter zu verbreiten und freut uns im Team natürlich auch. Die US-Zentralbank FED, die balanciert im Prinzip auf einer Rasierklinge, wenn man so will. Kippen sie links runter, indem sie beispielsweise mehr Geld drucken und wieder mehr Liquidität in die, ja eigentlich schon ausgetrockneten Märkte pumpen, so könnte eine unaufhaltbare Inflation bevorstehen. Ja, tatsächlich, Inflation, die ist nicht bekämpft. So sicher, wie die FED sich nämlich in diesem Thema, oh wir haben die Inflation jetzt wieder in den Griff bekommen, bla 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 gibt, ist das Ganze nicht. Denn historisch betrachtet bekommen höhere Inflationen, also in der Regel alles so über drei Prozent, in Wellen. Das gab es in den 70er, 80ern und teilweise auch in den 90er Jahren. Und unsere Vermutung ist eher, dass die FED jetzt gerade zum Wahljahr in den USA alles nochmal so ein bisschen mit der heißen Nadel zusammengestrickt hat, damit es im ersten Moment super wirkt. Hey, wir haben politisch alles hinbekommen und dann, wenn die Wahlen rum sind, dann kommt die Realität. Stolpert aber die FED auf der anderen Seite dieser Rasierklinge runter, ja, durch zum Beispiel eben weitere Zinserhöhungen, das schließe ich eher mal aus, aber das längere Aufrechterhalten der doch hohen Zinsen aktuell, so wird es die Wirtschaft, insbesondere in den USA, nicht mehr lange aushalten. Die, und das sage ich ja immer wieder, echt so ein Kratz, unter dieser extremen Zinsbelastung. In den letzten Jahrzehnten haben sich die US-Amerikaner sowohl den Dollar als auch ihre langfristige Vormachtstellung als Weltmacht auf der Welt kaputt gemacht. Ja, denn statt finanzielle Stärke hat man ausschließlich auf das Militär gesetzt und unter anderem dafür Billionen von Dollar rausgehauen und immer wieder neue Schulden aufgenommen, um zum Beispiel das Militär zu finanzieren, um zu zeigen, wie toll man ist. Und das hat einen in den Kreislauf gebracht. Teufelskreislauf. Ja, als Weltmacht, da schadet es ganz sicherlich nicht, ein starkes Militär zu haben. Aber eine Pleite, eine Staatspleite, die führt dann eben doch ins Haus. Okay, ja, die USA, die können ja in der Theorie nicht pleite gehen, weil sie ständig neues Geld drucken können, ja, weil sie ja eigentlich alle ihre Schulden in der eigenen Währung haben. Ja, das aber wiederum auf Kosten der Inflation. Also dieses angeblich unendliche Geld drucken, was die Amerikaner können, das ist, in der Theorie ist das möglich. Aber in der Praxis führt auch das eben früher oder später einfach und vor allem unweigerlich ins Aus. Man kann nicht unendlich Schulden haben, dann unendlich Geld drucken, dann eine unendliche Inflation haben und hoffen, dass das irgendwie gut geht. Das geht einfach nicht. Was die USA nun aber eben noch schneller in das Unweigerliche ausbewegt, ist eigentlich die Politik an sich. Ja, und da geht zum Beispiel Matthew Piepenburg in seinem Beitrag auch nochmal drauf ein und er sagt, dass die beiden Regierungen von den Fehlern, von der Schwerwiegendenheit der Fehlern eigentlich schon fast mit Nixon verglichen werden kann. Ja, Richard Nixon, der hob ja 1971 den sogenannten Goldstandard auf, was eben den US-Dollar zum langfristigen Scheitern verurteile. Man sieht alleine schon, wie stark der US-Dollar seit 1971, seitdem der US-Dollar von Gold entkoppelt wurde, an Wert verloren hat. Doch der amtierende US-Präsident Joe Biden, der hat sich einfach nochmal gedacht, hey, lass uns doch diesen Todesprozess unseres Landes nochmals beschleunigen. Wohl so ein bisschen nach dem Motto, ob wir jetzt schnell sterben oder ob wir langsam sterben, natürlich alles in Anführungszeichen, ist dann am Ende des Tages eigentlich auch egal, oder? Das Verrückte dabei ist eigentlich, dass diese krassen, nennen wir sie mal politischen Fehler von Biden, von einem seiner Vorgänger schon fast damals als Fehler angemerkt wurde, den man eigentlich unbedingt vermeiden müsse. Dazu gehen wir mal ganz kurz in den Artikel hier von Matthew Piepenburg, nämlich sein Vorgänger, der Präsident Obama. Der sagte 2015, ihr seht es hier auf Englisch, ich übersetze mal so ein bisschen sinngemäß direkt ins Deutsche. Wir können nicht jedem starken Land ihre Außen-, Wirtschafts- und Energiepolitik aufzwingen. Wenn wir das tun wollten, dann müssten wir Sanktionen auf einige der größten Banken der Welt erlegen. Und beispielsweise Länder wie China vom US-Finanzsystem ausschließen. Da diese Länder aber die größten Käufer unserer Schulden sind, können wir uns mit solchem Vorgehen selber großen Schaden hinzufügen. Das ist jetzt wie gesagt einfach ein bisschen sinngemäß übersetzt. Ihr habt es ja hier auf Englisch, falls ihr das quasi Wort für Wort übersetzen wollt, dieses Zitat vom ehemaligen Präsidenten Obama. Wow, ja, also okay, jetzt ist es eben nicht China geworden, wovor Obama gewarnt hatte schon 2015, sondern jetzt ist es Russland geworden, mit dem man sich ganz klar angelegt hat. Ja, starker Move, ja. Als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine vor jetzt ungefähr zwei Jahren wollte man eben Russland mit Sanktionen schaden, zeigen, hey, wir sitzen am längeren Hebel und ihr seid mal ganz klein da drüben in Russland. Aber diese Sanktionen haben den westlichen Ländern, inklusive auch uns in Deutschland, mehr Schaden hinzugefügt als Russland selbst. Ja, unabhängig davon rückten durch diese gesamte Aktion die BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika nochmals deutlich enger zusammen. Denn man hat gesehen, hey, man kann Russland so einfach vom internationalen Zahlungssystem ausschließen. Äh, okay, und was ist, wenn es uns passiert? Wenn nur Länder, die irgendwas machen, wo sich die Amerikaner nicht mit identifizieren, dann direkt von einem Welthandel ausgeschlossen werden? Klar zugegeben, ein Angriffskrieg ist jetzt nicht mal einfach irgendwas. Aber man sieht, die Amerikaner können, wenn sie wollen. Und die Frage ist, will man sich das gefallen lassen? Und man sieht auch schon, die Antwort auf die Frage ist eher nein. Denn sowohl die BRICS als auch viele Verbündete dieser Vereinigung, die äußern sich mittlerweile auch schon offen gegen die US-Amerikaner, gegen deren Vorherrschaft und auch gegen den US-Dollar. Man wollte im Prinzip als Amerikaner den Russen und deren Währung den Rubel schwächen, hat dabei aber den US-Dollar in eine noch nie zuvor dagewesene Verwundbarkeit gebracht. Wieso, fragt ihr euch vielleicht jetzt? Nun ja, dafür gibt es verschiedene Gründe. Einer der wichtigsten ist aber, dass sich die Amerikaner ihre Macht ein bisschen abgesichert haben, durch die Währung. Es mussten beispielsweise alle Ölgeschäfte im US-Dollar abgewickelt werden, der sogenannte Petrodollar. Das brachte den Dollar dann natürlich auch eine enorme Liquidität. Denn jedes Land wollte damals dann seine Reserven in US-Dollar aufbauen, ist ja eine sichere Währung. Und die Amerikaner konnten demnach auch problemlos neue Schulden machen, um sich selber zu finanzieren. Denn irgendwer hat ja diese Schulden immer gekauft. Und das auch zu damals ja sogar verhältnismäßig, ja ich sag mal, geringeren Zinsen. Allen voran dabei natürlich die Chinesen, die eigentlich mit die größten Dollarreserven in ihren Tresoren liegen haben. Doch jetzt eben spätestens mit Bidens Entscheidung zum, ich sag mal, Gnadenstoß des US-Dollars, hat sich das Blatt, wie gesagt, gewendet. China stößt inzwischen US-Dollarreserven langsam, aber sicher ab. Nachdem vor ein paar Jahren zudem die erste Öltransaktion eben nicht mehr mit dem US-Dollar, sondern in einer anderen Währung als dem US-Dollar abgewickelt wurde, hat sich das Ganze inzwischen sogar noch verstärkt. Von der ersten Nicht-US-Dollar-Abwicklung, Ölgeschäft, was jetzt ein paar Jahre nur her ist, haben sich laut JP Morgan inzwischen schon 20% der Öltransaktionen in einer anderen Währung ergeben. Und vor einigen Jahren noch hätte da die US-Armee in solchen Ländern wahrscheinlich, sagen wir mal, den Bombenteppich mitgebracht, wenn man merkt, oh, da wollen sich Leute gegen den Petrodollar wenden, da wollen sich Leute ab vom Dollar und hin zum Gold wenden. Aber inzwischen müssen eigentlich die US-Amerikaner mehr oder weniger machtlos zusehen, wie beispielsweise eben die BRICS Plus sich mit Gold andecken, US-Reserven abstoßen, ihr eigenes Ding machen und sich einfach gegen das wehren, was die Amerikaner vorgehen. Und es geht ja weiter mit den Bad News. Denn dieser längere Hebel, von dem man ja immer so schön spricht, der liegt eigentlich auch schon lange nicht mehr bei den Amerikanern. Warum? Nun ja, die BRICS Plus, die kontrollieren zum Beispiel 80% der Ölproduktion. Was machen denn eigentlich die US-Amerikaner, wenn diese Länder mal sagen, oh, wir wollen den Ölpreis langsam, aber sicher in die Höhe schießen lassen und ihr, liebe Amerikaner, dürft einfach das x-fache auf euer Öl bezahlen. Ja, die haben zwar ein bisschen Öl im eigenen Land, aber der gesamte Westen ist abhängig vom Öl dieser Länder. Was machen denn auch zum Beispiel die Amerikaner, die seit Jahren schon weniger exportieren als importieren, sprich ein sogenanntes Handelsdefizit fahren, wenn eben Länder mit Handelsüberschüssen, dazu gehören zum Beispiel Indien, China und Co., keine Lust mehr haben, sich ihre Überschüsse in US-Dollar bezahlen zu lassen. Denn der US-Dollar, der verliert ja auch immer weiter an Wert. Zusammengefasst kann man sagen, die US-Amerikaner haben angefangen, ihre Währung als Waffe einzusetzen und damit einfach das Ende ganz klar besiegelt. Lange Jahre wurde der Dollar toleriert, doch nun erheben sich eben mächtige Stimmen gegen die, auch teilweise, Willkür der Amerikaner. Man kann jetzt sagen, okay, es gibt schon noch ein Rettungsstrohhalm der Amis. So schreibt es eben auch Matthew Piepenburg in seinem Beitrag. Nämlich, dass die Währungen der Ölmächte, der großen Ölmächte von Saudi-Arabien und auch die Währung der Arabischen Emirate an den US-Dollar gekoppelt sind. Da eben trotzdem noch immer 80% aller Ölgeschäfte im US-Dollar abgewickelt werden, ist es auch für diese Ölländer jetzt nicht so wünschenswert, dass der US-Dollar morgen, ich sag mal, umgangssprachlich abkackt. Trotzdem, dass der US-Dollar morgen vom Tisch ist. Die Frage ist doch aber, wie lange werden diese Währungen noch an den US-Dollar gekoppelt sein? Könnte man hier vielleicht kurzfristig an eine Kopplung an Gold ausweichen, um eben diesem US-Dollar zu entkommen? Wirklicher Ausweg. Wir von Axino sind uns sicher, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sich wirklich im Machtgefüge unserer Welt etwas ganz stark verändern wird. Zunächst wird der Prozess wahrscheinlich weiterhin schleichend sein und für 99% der Menschen eigentlich kaum merkbar sein. Ein bisschen Entdollarisierung, okay, dann kicken die Zentralbanken halt ihre Dollarbestände ab. Aber dann wird vielleicht alles sehr schnell gehen, wenn sich eben alle Gegner der US-Politik gleichzeitig erheben und ihre, ich sag mal, Währungswaffen zücken. Denn der nächste Krieg, der nächste große Krieg, wird sehr wahrscheinlich eher über die Währung anstatt mit Gewehren geführt. Spannend wird dann auch die Reaktion der Amerikaner auf das ganze Thema werden. Doch eigentlich egal, wie die Reaktion der Amis ausfällt, die Szenarien sprechen fast alle für Gold. Matthew geht in seinem Artikel eben ausführlich auch darauf ein, wie eben mehr und mehr Gold für Öltransaktionen eingesetzt wird. Ich hab den Artikel nochmal unten verlinkt, da könnt ihr euch dort selber ein bisschen einlesen. Und das wäre zum Beispiel ein weiterer Grund, warum der Goldpreis eine Neubewertung erleben könnte und in Höhen schießen könnte. Aber auch Währungskriege oder auch heiße Kriege mit Waffengewalt, die wir aktuell schon haben, sowie auch goldgedeckte Währungen, könnten den Goldpreis ebenfalls bald zu neuen Höhen verhelfen. Und all das wird gestützt durch weiter anhaltende Käufe von Gold von Seiten der Zentralbanken. Und wir reden nicht von einem Parkhaufen, wir reden eigentlich von Käufen, die auf einem Allzeithoch sind seitens der Zentralbanken. Wir sehen also, da brodelt es gewaltig. Die Lösung der Amis? Nun ja, eigentlich weiteres Aufnehmen von Schulden. Anders geht's nicht, da kommen sie nicht raus. Und Frank Holmes, der sagte dazu letztens in einem seiner Artikel, wer eben glaubt, dass die Schulden der Amerikaner noch weiter steigen, der sollte sich vielleicht mal Gedanken über eine Investition in physisches Gold und Goldminenaktien überlegen. Denn die Korrelation zwischen Schulden und Goldpreis, die ist bei 0,9, wir sehen es hier in dem Chart, demnach also ziemlich hoch und heißt eben vereinfacht gesagt, steigen die Schulden, steigt Gold. Wir geben natürlich nie eine Anlageempfehlung. Das ist ganz klar. Und ihr kennt auch unseren Disclaimer. Ich weise am Ende nochmal im Detail darauf hin. Aber mit Blick auf den Disclaimer schauen wir jetzt einfach mal auf zwei Goldminenaktien, die vielleicht sogar im Fall von steigenden Goldpreisen profitieren könnten. Wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich diese Aktien kaufen muss. Ich will jetzt hier so ein bisschen Inspiration geben. Big Player und große Namen wie Newmond oder Barrick Gold, die brauche ich euch hier nicht geben. Wir sind ja immer auf der Suche auch nach etwas kleineren Firmen noch, die vielleicht eben ein umso größeres Potenzial haben. Natürlich haben solche Firmen auch ein größeres Risiko. Das müssen wir nicht sagen. Oft ist es so, dass eben Firmen, die kurz vor der Produktion von eben in dem Fall zum Beispiel Gold stehen, aus dem Investment Case heraus spannend sind, dass mit Start der Produktion oft die Aktie neu bewertet wird. Denn es ist was völlig anderes, ob ich Gold im Boden habe und Studien sagen, ja, da ist Gold, oder ob ich dieses Gold aus dem Boden letztendlich wirklich final fördere und den ersten Barren in der Hand halte. Zwei Firmen, die wohl beide dieses Jahr in Produktion gehen, will ich euch ganz kurz zeigen. Das ist jetzt hier keine Analyse. Das würde auch den Rahmen sprengen. Das machen wir hier sowieso nicht so im Detail. Aber eben einfach eine kleine Inspiration, die wir uns einmal anschauen. Zunächst wollen wir uns mal G-Mining Ventures anschauen. Da gehen wir mal ganz kurz in die Präsentation. Die Firma sagt von sich selber, sie sind voll finanziert. Die befinden sich zudem im Aufbau einer Mine in Brasilien. Und die Firma kann tatsächlich ein paar sehr spannende und große Namen im Aktienregister zeigen. Ja, wir sehen es hier zum Beispiel Franco Nevada, Eldorado Gold, aber auch Cat Financial. Das sind alles Firmen, die eben die Firma unterstützen. Insgesamt möchte die Firma 1,8 Millionen Unzen Gold fördern über die nächsten 10,5 Jahre. Und das Spannende ist, dass sie dazu einen recht niedrigen Preis von gerade mal 681 Dollar pro Unze haben. Sprich, man baut es ab und im Durchschnitt kostet dann eine abgebaute Unze 681 Dollar. Wenn wir darüber denken, dass aktuell der Verkaufspreis von Gold sogar bei über 2.000 US-Dollar steht, merkt man also, dass am Ende doch ein bisschen was hängen bleiben könnte. Eine andere Firma, über die wir kurz sprechen wollen, das ist Contango Ore. Auch hier blicken wir kurz in die Präsentation. Die haben sowohl Institutionals als auch recht viele Retailer, aber auch das Management selber hat eben viele Aktien der Firma gekauft. Die Firma, die besitzt 30% an den sogenannten Mancho Gold-Projekt. Ja, davon haben sie 30% und die anderen 70% werden von der Firma Kingross Gold betrieben. Ja, das ist, wie ihr hier seht auf finanzen.net, eine Firma mit einer Marktkapitalisierung von über 6 Milliarden Euro und demnach eben ein Riesenunternehmen, was sich schon oft bewiesen hat. Diese Mine, die soll zudem im Open Pit, also im sogenannten Tagebau, gebaut werden. Und normalerweise haben Tagebauminen, das sieht man hier, haben sie in Sleit hinzugefügt, relativ niedrige Goldgehalte. Ja, das liegt eben daran, also im Gestein selber ist relativ wenig Gold. Man muss dann eben, weil es so nah an der Oberfläche ist, viele, viele Mengen Erde bewegen, um dann eben auch wirklich nennenswerte Mengen Gold aus dieser Erde oder dem Gestein zu bekommen. Spannend ist hier aber in diesem Fall von der Mancho Mine ist es so, dass wir hier sehr hohe Goldgehalte von 7,9 Gramm Gold je Tonne Gestein haben. Und das ist dann tatsächlich, wie ihr hier auch in der Grafik seht, einfach ein Tagebauprojekt, was zu den höchsten Goldgehalten der Welt zählt. Und bei 7,9 Gramm Gold je Tonne Gestein, da würden viele Firmen sogar einen Untertagebau, also eine richtig tiefe Mine, mit deutlich teureren Kosten für Bauen, einfach weil man relativ wenig Gestein für große Mengen Gold am Ende nur braucht und bewegen muss. Ja, beides also aus verschiedenen Gesichtspunkten, spannende Firmen. Aber ihr müsst euch das Ganze natürlich einfach mal im Detail selber anschauen. Das Ganze ist keine Anlageberatung und ihr solltet auch bitte immer unseren Disclaimer beachten. Gehe ich gleich nochmal kurz darauf ein. Andere interessante Firmen findet ihr auf axinocapital.de, dann einfach hier oben auf Aktien klicken. Und da seht ihr, wir haben hier verschiedene Firmen mit verschiedenen Branchen, aber zum Beispiel auch eine Goldfirma, O3 Mining, Nova Minerals, Kalamazoo Resources, Sonoro Gold. Also das sind auch eben Goldfirmen, Lithiumfirmen, Silberfirmen, sehr, sehr klein mit hohem Potenzial, aber eben auch höheren Risiken. Der Disclaimer hier ist mit zwei Interessenskonflikten belegt. Erstens, wir investieren unser eigenes Geld eben unter anderem in diese Firmen und zweitens, wir haben auch einen Dienstleistungsvertrag mit vielen dieser Firmen auf der Website. Die Interessenskonflikte wollen wir euch gerne sagen. Wir sind ganz transparent, ganz offen. Wenn ihr dazu Fragen habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und schreibt mir eure Meinung. Was sagt ihr? Wie lange wird die Vorherrschaft der Amerikaner noch halten? Oder sagt ihr, die kriegen auf jeden Fall die Kurve? Ich bin sehr gespannt. Lasst uns sachlich diskutieren. Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video hier schon wieder.